Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu der neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind mit Kate unterwegs und ihr seht, ich habe keine Talente einstecken. The Twins! Okay, denn wir versuchen mit Kate die Naked-Challenge. Iklos tot. Und wir haben eine Michaela dabei mit dem wahrscheinlich Healing-Segen. Finde ich sehr gut. Und dann habe ich vielleicht auch die Chance, mich mal zu heilen, sollte es denn nötig werden. So, erstmal wieder ins Spiel reinkommen hier. Wir müssen aufpassen auf der Map, dass wir uns nicht 3-Gen. Also die Gens schön verteilt machen. Nicht zu uns, dann verrätst du uns. Jerry Boy. Wahrscheinlich ist sie aber noch bei Michaela. Weil, das wissen übrigens wirklich nicht so viele. Ähm. Wenn ihr Victor auf dem Kopf habt. Oder Victor irgendwo steht. Oh, Jeff hat auch so ein Ding dabei. Und ihr lauft. Aufrecht. Danebenrum. Sieht sie euch. Dann kriegt sie wie bei Legion. Das ist angezeigt. Ich habe jetzt auch mein erster Paletten-Self. Live on cam. So, jetzt lass aber mal weiterarbeiten hier. Und zwar hier drüben. Kann ich hier irgendwas machen? Ja. Ich wollte ihr erst Victor abnehmen. Ehrlich gesagt. Aber wir können uns heilen. Ich glaube, mit einer Michaela an Bord. Ist es ein bisschen einfacher. Die Naked Challenge zu schaffen. Wir haben erst 1-Gen an. Das ist nicht gut. Sie rennt Richtung Haken. Wow. Wird Victor auf mich losschicken? Er sieht Blut. Okay. Aber es gehört sich so, dass wenn ich jetzt hier jemanden abfarme, dass ich dann auch den Hit nehme. Hat in diesem Fall, Gott sei Dank, nicht zu mir. Ja. Was hier sieht das da auch. Warum macht er den nicht einfach runter, den Blut? Kommt sie wieder her und verwehrt mich, oder was? Was? Jetzt haben wir zwei Gens hier drüben an. Das ist Kacke. Das ist richtige Kacke. So, wir müssen hier mal ordentlich arbeiten, okay? Dann komm mal wieder. Ah! Wow. Ah! 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 Oh, sie hat, ähm, das Perk dabei von Pyramide Head, glaube ich. Jetzt haben wir uns getreit-Gent. Ne, jetzt sind da drüben alle Gents an. Ähm, dass der Gen, der am weitesten repariert ist, blockiert wird für 30 Sekunden, wenn denn ein anderer Gen angeht. Okay. Also kam es David wieder drüben dran. Okay. Ist okay. Ich glaube, hier ist der Jen an. Es hat jetzt für 30 Sekunden gesperrt, wenn sie das Perk auf höchster Stufe hat. 30 Sekunden sind lang. Ich habe gestern irgendwo in einem Stream gelesen, nur 30 Sekunden. Aber ich finde, 30 Sekunden sind sehr lang. So wie old. Genau. So wie sie den. So wie gerne sind. Ah! Scheiße. Verdammt! Ich habe auch keine Geline. Und David ist verletzt. Sie kämmt halt mit dem kleinen Wurm. Das Ding ist, wenn ich ihn auf dem Kopf habe, und dann kommt sie... Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Hey, Michaela, du musst hier hinten bleiben! Ich wollte ihn nicht... Scheiße, ich wollte ihn nicht ganz abwerfen. Jetzt kriegst du David. Jeff, hier! Hier, Jeff! Andere Seite! Man geht sich heilen, aber komm doch hierher, Jeff! Warte, ich bin schneller! Lass mich... Hey, Marvin! Wo ist David? David! Oh Gott, lass dich nicht anspringen! Geh in den Ausgang, David! Wir tanken! Oh... Ach, Scheiße! Oh nein! Jetzt bin ich rausgegangen. Weil ich nach hinten geguckt habe. Jeff ist auch rausgegangen. Jeff ist auch rausgegangen. Schade. Ich hätte es uns gegönnt, dass wir alle rauskommen. Na ja. Aber das Einzige, was ja nun eigentlich nur zählt, ist, dass wir rausgekommen sind! Und... Ja! Ohne Talente und mit den meisten Punkten in der Runde. War eine coole Runde. Ich fand die Runde tatsächlich auch ein bisschen spannend. Hat mir Spaß gemacht. Und mit dem Endergebnis ist es natürlich noch besser. Genau, das hier, diese Sackgasse, ist vom Pinhead. Habe ich erst Pinhead oder Pyramidehead gesagt? Das ist von Pinhead, von dem neuen. Ähm... Uneinigkeit. Ruin. Und dann haben die wahrscheinlich Ruin direkt weggesegnet. Krass. Ja, tatsächlich. Jeff hatte das auch dabei. Und die Michaela. Naked-Challenge. Geschafft! Ich freue mich. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge Dead by Daylight wieder. Bis dahin. Macht's gut! Und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis dahin. Bye, bye!